Der Segner Ja, und das ist der speciale Effekt, da haben Sie die Handpatron an den Schadwäschern und freuen Sie sich jetzt auf Regelflugballett von Christian Lang. Aha. Ja, Sie dürfen ruhig applaudieren, ja? Ja, das ist ein Traummotor, fliegt hier tatsächlich mit einem Gemisch einzufügen, das ist der Fall im Raumgewicht. Die Drehzahl, so 4000 im Drehen maximal, dann hat er ein Ringwender, man kommt auch mit diesem Dezenten 74 Dbh hin, weil wir jetzt auch verhältnismäßig leise sind. Gut, gut, gut gebaut. Das sind auch die alte Startstrecke, ja, vom optischen Segne-Garrensmodell im Original mit einem Sternmotor, aber jetzt den Richtgewicht von der auch ein bisschen schweig. Okay. Ja, wobei, bei 20 Kilo Gesamtgewicht doch, da früchte es auch noch ein Kleidstattgefahr. Okay. Ja, wobei, der Klaus und der Heinz Winter waren hier zusammen mit ihrem Steglitzen und der Heinz ist leider im April 2021 an Corona verstorben. Das war vor allem in den Karten schon sehr fein. Ja, wobei, der Klaus und der Heinz Winter waren hier. Ja, wobei, der Klaus und der Klaus und der Heinz Winter waren hier.